ja leute also ich will jetzt nicht sagen aber was war das für ein kranker part was war das für ein kranker letzter part und wir machen genau so weiter wie wir es gemacht haben mit dem secret opening und ja wir hoffen natürlich dass wir noch mal was ziehen was wir noch mal was ziehen werden und ja aber es ist eh schon so viel was wir gezogen haben es ist echt krass das war echt mega krank und ja was soll ich sagen es nur europe bronzell bomboll urmi kangama mit und mega fänger sehr bevor ich da europe finks rocara zufallsempfänger amnitas helix fossil und potrot riolus sesokits vom pummeluf moly morba hyperball sanna und evoserb also ich muss schon sagen mir gefällt das immer mehr so booster zu öffnen aber dann einfach bis zum schluss spannen hat was wir ab was man gezogen hat das ist echt geil vor allem man weiß nie wann irgendetwas gutes kommt weil man hat null plan und ja das ist auch geil aber auch diese Rokara, Sesokitz, Serpifoi, Pummeluf, Finks, Potrot, Chilabell und Kangama. Rokara, Burmi, Bromsel, Bittora, Snubbull, Zufallsempfänger, Kangama und Kabuto. Snubbull, Burmi, Wombol, Riolu, Molimorba, Burmaram, Rückenentwicklungsspray und Amunitas. Unsere letzten drei Packs. I'm excited. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Skaluk, Smogon, Picochilla, Dicta, Riolu, Zigarre, Burmarame, Fossil-Ausgrabungsset. Und jetzt die letzten drei Packs. Skaluk, Smogon, Picochilla, Dicta, Riolu, Burmarame, Fossil-Ausgrabungsset und Feenbeet. Unser letztes Booster ist in der Haus. So. Letzte Packs. Smogon, Spoink, Picochilla, Dicta, Lavita, Verbrannte Erde, Altmannschener, Irritatil und Burmarame. Gut. Wir fangen wieder mit den Reverses an. So. Gut. Reverses haben wir in Lugia. Geil. Äh, Serpiroyal. Skaluk. Newgong. Spoink. Snubbull. Kaputob Stormfossil. Picochilla. Routena. Simsalas Geistesbund. Smogon Reverse. Bronzl Reverse. Und Verbogener Löffel. Das waren also die Reverses. Und now the Rare Cards. The Rare Cards we got. Lucario. Rotom. Relaxo. Zytomega. Lugia. Kabutops. Pantimos. Miu Holo. Gravums. Lavaros. Despota Holo. Bronzong Rare. Und Pantimos Rare. Gut, wir haben also nichts mehr gezogen in den letzten Packs. Das ist ein bisschen schade. Aber, ja, was soll man machen? So, ja, in den letzten letzten Packs war nichts mehr drin. Das ist echt nicht so toll, aber, ja. Trotz, dafür war in den ersten Packs, jetzt kann ich euch ja nochmal den Recap zeigen. In den ersten Packs, ähm, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, ähm, also Ultra Rears und zwei Turbos. Also, das geht eigentlich. Das war's von diesem Video. Als nächstes werde ich vielleicht mal ein Booster Battle machen. Das war's von mir aber jetzt erstmal. Und ich sage Tschüss, bis dann und danke. Ich hoffe, es hat euch das Special Video gefallen. Schreibt mehr Vorschläge, was ich mit den Displays machen soll, in die Kommentare. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es heißt, eine Special Box wartet auf euch. Gespannt? Dann schaltet wieder ein. Ciao, Leute.